51 Grad Nord, 6 Grad Ost, zentraler Messestandort, großer Markt, schnelle Erreichbarkeit. Kommen Sie mit einem der 3.800 Flugzeuge, die den Airport Düsseldorf jede Woche erreichen und fahren Sie innerhalb von 10 Minuten zum Messegelände. Oder nehmen Sie einen der 1.000 Züge, die täglich am Düsseldorfer Hauptbahnhof halten. Mit Ihrer Eintrittskarte können Sie am Tag des Messebesuchs kostenfrei die Bus- und Stadtbahnlinien des VRR-Netzes nutzen und direkt zum messeeigenen Bahnhof fahren. 3.200 freundliche Taxifahrer in Düsseldorf, ein perfekt ausgebautes Autobahnnetz, über 17.000 Parkplätze rund um das Messegelände und Pendelbusse, die Sie von dort direkt zu den Messehallen bringen. Willkommen bei der Messe Düsseldorf! 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 Düsseldorf!